Das ist komisch. 93, oder? Ja, sollten es sein, aber es sind nur 92. Du hast deine 15-Jährige vergewaltigt! Was soll das? Du hast sie missbraucht! Die Arbeiten gehen mir aus dem Weg. Alles, was du tust, nehmen wir mit uns! Wir vergessen es nicht! Ihr hättet es einfach laufen lassen sollen, wir hättet es zu mir halten müssen, Kyle! Wieso geschieht das nur mit uns? Bis heute Morgen. Bis heute Morgen. froh, wer wirklich? Hallo, wie es ist. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Da habe ich dir bei dir. Wenn ich dich nicht vergleichen will, Ich bin wieder da. Wir lassen dich. Wir lassen dich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020